hallo nach langer zeit mal wieder zurück herzlich willkommen auf unserem kanal ich bin nadine von julia und nadine und ich wollte euch heute die wiffbox zeigen normalerweise waren wir jetzt etwas früher dran diesen monat klar lag es in den sommerferien wir waren auch in italien im urlaub und ich habe unseren kunden den unserer whatsapp gruppe sind auch schon eine sprachnachricht dazu gemacht also dieses mal ausnahmsweise kenne ich den inhalt schon ja trotzdem habe ich gedacht wir packen sie noch zusammen aus weil ich weiß dass viele auf das video noch gewartet haben das ist wie immer von der form hast du dieses mal jetzt etwas kleiner das zeige ich euch noch im wunsch september 2022 könnt ihr sehen die wiffbox kostet wie immer 42 euro könnt ihr ganz normal bei uns bestellen oder über unseren shop und bietet immer einen mehrwert wir legen los ich habe mich da jetzt so lange darauf gefreut wie gesagt wir waren in italien und ich habe gehört dass sie herbstlich sein soll dort war ja noch hochsommer und ich habe meine lampen so vermisst ich sage es euch ich hatte den sensigo dabei im wohnwagen und ich hatte natürlich in den schränken auch sandpacks aber vor dem urlaub war das mit den herbststiften irgendwie absolut unpassend solange selber nur dem sommer oder bar und dann habe ich gehört und gelesen im instagram wie alle schon die herbststifte dürften und ich habe mich da jetzt so drauf gefreut ich habe mir extra wieder die green diamond aufgebaut die hat jetzt im sommer nicht da stehen und ich finde jetzt dort gemütlichen jahreszeit so dieses funkeln glitzern ja jetzt passt wieder und deswegen steht die da wieder und ich freue mich ich freue mich auf schals ich freue mich auf winterdüfte ja gemütlich kalt aber zurück zum box hat wieder ein fallblatt wie jedes mal die nightmare before christmas das zeigt so das thema an es wird zeit sich auf süßes saures und gruselige treffen vorzubereiten plagen sie eine party zum thema halloween town und verwenden sie diese lustigen tüten um süßigkeiten popcorn kann zu verteilen naja da kann man waschen ok das ist jetzt etwas klein oder eine piste ausschmalt das muss ich meinen kindern zeigen ich weiß jetzt noch nicht wie das tüten werden sollen aber so also eine coole idee meine tochter schneidet immer gern aber zum inhalt wie immer die inhaltsangaben so und dann ist auch schon dieses mal dieses mal ohne viel verpackungsmaterial wir können gleich loslegen massiv gleich was drin ist wir haben einmal ein cent circle in cosy vanilla pumpkin die kosten eigentlich 4,25 Euro von 20 ist einer von den besonderen die kann man so zusammenstecken die sind also dreidimensional aber nicht wie die normalen nur rund wie gesagt aus der herbst kollektion cosy vanilla pumpkin ja die beschreibung sagt eigentlich alles also muss man jetzt glaube ich nicht näher drauf eingehen finde ich schön hätte ich mir selber nicht bestellt ihr wisst ich sage es immer wieder ähm hallo brina äh ich bin kein riesen fan von den cent circles also ich würde sie mir jetzt einzeln nicht bestellen ich freue mich aber jedes mal wenn sie irgendwie in der wiffbox oder so drin sind weil ähm ja Verwendung hat man doch dafür also selbst wenn man sie jetzt nicht kaufen wird im schrank in der schublade als kleines giveaway in der tasche im auto also brauchen kann man sie schon aber ich finde halt einfach es gibt ähm für die diese zwecke auf andere produkte aber wie gesagt also ich freue mich immer in der wiffbox dann haben wir zum beispiel ein produkt das diesen zweck sehr gut erfüllt wir haben die car bar clips in black raspberry vanilla black raspberry vanilla ist ja der klassiker den findet er ja im katalog seit jahren ähm die klippt man so an das gitter an das lüftungsgitter vom auto und das finde ich mega also wie gesagt das wäre jetzt eher halt was ich jetzt dem im auto vorziehen würde von der technik also die riechen lange ich finde die total cool und das ist immer ein mega geschenk in der also geschenk in anführungszeichen in der wiffbox das lohnt sich ich meine die kosten 12 euro 25 und damit für den 42 euro für ein großer teil wieder abgedeckt dann haben wir zwei bars für die elektrischen luftlampen aus der nightmare before christmas kollektion und zwar jacks obsession das ist ich kenne den schon den gab es schon die kosten einzeln 9,25 euro das ist ein sehr weihnachtlicher duft ja das riecht man so schon also ich finde jetzt nicht unbedingt helloween aber ich also ich finde ihn toll ich kann den den ganzen herbst winter nehmen das ist so richtig weihnachtlich nelken ach ging gar nicht auf zimt ein bisschen aber nicht zu viel also wenn man das zimt nicht unbedingt mag ist das hier jetzt kein problem er hat eine tolle tolle farbe allein schon wegen der optik war da bei uns das ganze jahr über beliebt im kinderzimmer also ja statt zweiter ein bisschen kräftiger ist grün roll of the dice der ist ein intensiver also sehr intensiver maskuliner duft ganz anders ja ich sage es ganz oft der frisch geduschte man also das ist eher ein duft ich kann ihn mir im badezimmer vorstellen ich sage das ganz oft der ist für mich wieder die kategorie also ich finde sie komplett unterschiedlich es ist für jeden geschmack was dabei und wie schon gesagt jeweils 9,25 euro ein traum dann haben wir das habe ich ja letztes mal vermisst eine xxl probe vom nächsten duft des monats ich finde es so toll dann kann man schon vorab schnuppern ob der duft was bei ihm ist oder nicht warm pumpkin dazzle ich kenne es noch nicht es gibt den ja schon ab 1 oktober also ihr seht es ist ein xxl würfel das ist so groß wie zwei würfel wenn man die kaufen würde wie zwei würfel vom barf ihr könnt dann auch halbieren also damit würde ich vorsichtig anfangen es ist ein süßer herbstlicher duft und ich bin mir sicher auch intensiv also ich werde nicht komplett in die lampe legen ich werde definitiv halbieren da habt ihr auch lange was davon dann kommt eines der highlight die gibt es nicht immer wenn es gibt dann kosten die 17 euro die sind toll das ist auch finde ich sowas was man jetzt auf einer party sich selber eher seltener gönnt hallo juna was aber total toll ist wenn man es jetzt in der wiffbox mal für den preis ausprobieren kann und zwar sind das knautsch bälle das besondere daran ist aber die duften also das finde ich auch total süß bei Halloween Partys zum eigenen Kindern schenken wir hatten jetzt welche Angel & Stitch gab es im Sommer die wurden jetzt ganz oft gekauft für die Schultüte ja und wenn man die knautscht da duft das ist toll also es ist nicht nur beruhigend sondern es duftet noch ganz toll das ist jetzt ähm ja wie soll ich es beschreiben also es ist auch weihnachtlich würde ich sagen Apfel also ich finde Apfel kommt raus und Karamell ja also ist eine süß und man kann gar nicht aufhören ja so weihnachtlich macht so Spaß also ich weiß schon ähm ich hab drei Kinder die werden drum streiten und dann kommt sie in der Dose dann können wir nochmal da schön rein verpacken also ich weiß dass sie ewig duften aber wenn man die Dose zu macht natürlich noch länger also wie gesagt 17 Euro und dann viele freuen sich einen Counter Clean in Johnny Appleseed ah Johnny Appleseed ja ähm Apfel frische Äpfel Apfel Schalen ich hab den Bad Reiniger davon ähm ich lieb's also wenn ich im Bad damit putze das Waschbecken. Also er hilft ja total cool gegen Kalken und alles mögliche. Obwohl nichts umweltschädliches drin ist. Auch beim Händewaschen am nächsten Tag duftet es wieder. Und hier haben wir jetzt der Counterkin. Counterkin ist eigentlich ein Küchenreiniger. Aber er ist total fällig einsetzbar. Also ich liebe ihn zum Polster im Auto. Also mit den Kindern. Wir haben da öfters mal Keksflecken, Trinken verschüttet. Er wollte meine Autositze nicht sehen. Einspulen, abreiben, trocknen lassen und mein Zitrix mehr. Genauso Zofas. Wir hatten letztens Tierkotze auf der Fußmotte. Das Tolle daran ist ja, wenn man es einspult, es riecht sofort ganz anders. Es duchtet ja. Und dann ist es noch halb so heklig. Also ich liebe ihn in der Küche. Aber mein Mann hat auch schon die Felgen damit geputzt. Wir hatten in dem Urlaub im Wohnwagen dabei. Man kann eigentlich damit wirklich alles putzen. Und der Duft ist halt auch toll. Also super. Der Counterkin kostet, glaube ich, jetzt bin ich mal überlegen, 14 Euro. Ich bin mir zwar nicht sicher. 14 Euro gerade. 14,25 Euro, 75 Euro. Und den Drehraum. Ja, also wenn ich das jetzt überschlage, hat die Wiffbox komplett im Wert von 66 Euro. Ist jetzt dieses Mal nicht so viel. Aber wie gesagt, ihr bezahlt nur 42. Und es sind wirklich nur coole Produkte drin, dieses Mal. Also es ist jetzt mal wieder eine Box, wo ich sage, es lohnt sich. Also es ist absolut alles brauchbar. Von den Carpac, jetzt wie gesagt, habt ihr ewig was. Vom Counterkin. Gerade wenn ihr ihn noch nicht hattet und mal testen wollt, ihr macht auch mit dem Duft nichts falsch. Immer eine tolle Geschenkidee. Oder eben selber. Die Duftpass, wie gesagt, je 9,25 Euro. Und damit weiß man schon, ob sich die Investition in der nächsten Duft des Monats lohnt. Wie gesagt, ich werde es gleich testen. Wer Sensi noch nicht kennt und jetzt denkt man, was zeigt die denn? Was ist denn das? Schreibt mich gerne an. Sensi ist die Raub, Huss und Feuer flammenfreie Alternative zur Duftkerze. Das Duft wird, also das Duftwachs wird nur auf 52 Grad erhitzt. Das heißt, ihr könnt mit dem Finger reinfassen. Es passiert Tieren und Kindern nichts. Ihr atmet kein Verbrennungsprodukt ein. Ihr kriegt kein Kopfweh. Also absolut genial, jetzt im Winter, wenn wir alle Fenster wieder geschlossen haben und alle Lust haben, Kerzen anzuzünden und dann doch wieder nicht wegen Feuer und so weiter. Ja, seid ihr richtig. Und ja, mit dieser Wiffbox hat man schon mal eine tolle Produktpalette. Braucht man auch noch eine kleine Duftlampe und dann könnte man schon starten. Wer jetzt Lust hat, diese Wiffbox günstiger zu bekommen, ihr wisst, im Sensi Club, bekommt ihr ab 42 Euro Bestellwert 10% Rabatt und ab 85 Euro Bestellwert dürft ihr euch ein Produkt gratis, äh, gratis, sondern zum halben Preis und top aussuchen. Und da kann man unter anderem auch die Wiffbox nehmen. Das heißt, die kosten nur noch 21 Euro, wenn er sich dort im Club dazu legt. das war's dann im Großen und Ganzen auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal gerne ein Like oder einen Kommentar da. Wer das im Replay anguckt, kommentiert auch gerne mit Replay, dass ich weiß, dass ihr da wart und erst gesehen habt. Und ansonsten melde ich mich hoffentlich demnächst wieder mit der Julia. Ah, Stefan, jetzt sind wir gerade fertig. Hallo Stefan. Ich habe gerade die Wiffbox ausgepackt. Ich war ja bis jetzt im Urlaub, deswegen so spät dieses Mal. Ich habe den Club vorgestellt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen gemütlichen Übergang in die kuschelige Herbstzeit. Und wie gesagt, wer einen Katalog haben will oder eine Beratung braucht, schreibt mich jederzeit gerne an, hier oder auch per E-Mail oder im WhatsApp. Macht's gut. Tschüss.